Dass Leute, anstatt zum Beispiel Umsatz zu machen, weil Umsatz kann man schneller machen, als Ausgaben zu reduzieren, und dann unheimlich viel Energie reinstecken, Ausgaben zu reduzieren, anstatt ihre Energie da reinzustecken, dass ihr Business funktioniert und dass sie nie wieder dieses Problem haben. Der Punkt, wo man heute steht, ist entstanden oder ist ein Ergebnis aus den Handlungen, aus den Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Absolut. Wenn du so krass bist, wie du sagst, dass du alles das schon kennst, alles schon weißt, warum stehst du dann jetzt da und nicht schon mal wo ganz anders? Genau. Weil du irgendwas auf dem Weg falsch gemacht hast. Genau. Bedeutet, wenn du morgen woanders sein willst, musst du heute anders handeln, musst du heute anders entscheiden. Leon, was sind denn gerade so aktuell die Themen, die du in den Gesprächen von den Maklern so serviert bekommst? Was beschäftigt die aktuell? Was sind Themen, die nerven? Was nicht funktioniert? Was kriegst du da gerade so? Was machst du da gerade für so Erfahrungen? Alles. Alles. Aber was man am meisten merkt, ist, die Verantwortung abzugeben an äußere Umstände. Weil das ist ja ein Thema, wir reden ja wirklich wöchentlich über diese Dinge. Und es ist schon immer wieder bemerkbar, dass äußere Umstände das Leben der Menschen kontrollieren. Spannend, ne? Nicht die kontrollieren, sondern das Außen kontrolliert. Also die Kernessenz, die unter allem steht, was ich so sehe, natürlich nicht pauschal bei jedem, aber wenn ich jetzt so die Essenz nehme und eine Schablone dafür anfertigen müsste, dann ist so das, was einfach spürbar ist, dass äußere Umstände über Erfolg oder Niederlage der einzelnen Leute entscheiden. Aber ist das nicht im Leben so, nicht aber, sondern ist das im Leben genauso? Ja, das geht ja ums Leben. Genau, also die Leute sind eher so, ja, sind wir wie bei so, ich sag mal, so einer Opfermentalität. Ja, absolut. So eine Opfermentalität, dass am Ende des Tages ich selber nichts ausrichten kann. Ich kann ja jetzt gerade nichts ändern. Ich kann ja jetzt gerade nichts tun. Ja, genau. Ich stelle das übrigens sehr spannend fest beim Thema Geld. Also Berg- und Talfahrt, mal habe ich Umsatz, mal habe ich Geld, mal habe ich kein Geld. Und was ich dabei sehr spannend finde, ist, dass Leute, und ich will auch nicht sagen, dass in 35 Jahren Geschäftsleben mir das nicht auch passiert ist und dass ich nicht auch mal in diese Fallen reingelaufen bin, dass man irgendwo so ein bisschen rumdribbelt und rumtrickst oder sowas. Nur bei mir war es tatsächlich immer so, dass ich sehr schnell gemerkt habe, verdammte Scheiße, ich bin eigentlich der Depp hier. Also ich bin derjenige, der hier gerade den Fehler macht und der den Scheiß baut. Nur, dass Leute, anstatt zum Beispiel Umsatz zu machen, weil Umsatz kann man schneller machen, als Ausgaben zu reduzieren, und dann unheimlich viel Energie reinstecken, Ausgaben zu reduzieren, anstatt ihre Energie da reinzustecken, dass ihr Business funktioniert und dass sie nie wieder dieses Problem haben. Weißt du, woran das liegt? Ich habe da nämlich, also, klar weißt du, woran das liegt. Aber ich habe da die letzten Tage selber für mich dran gearbeitet, weil ja jeder von uns, ja, jeder von uns ist ja im Alltag, im Business, wird ja immer wieder vor die Aufgabe gestellt, wie kann ich jetzt meine Zeit bestmöglich maximal gewinnbringend investieren? So, ist ja eine ganz oft vorkommende Frage. Natürlich, der erste Schritt ist, dass ich mal überhaupt wahrnehmen kann oder erkenne, dass nur ich die Dinge beeinflussen sollte und die Person bin, die über Erfolg oder Niederlage entscheidet. Also genau umgekehrt zu dem Beispiel, was ich eben genannt habe. Und der zweite Punkt, ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, okay, was sind denn, und das würde ich jedem als Tipp geben, was sind denn überhaupt die umsatzproduktiven Aktivitäten, die ich überhaupt habe? Weil ich garantiere dir, wenn ich jetzt mir von 100 Maklern, vor allem von den Leuten auch, mit denen wir sprechen, angucke, wie die ihren Tag aufteilen und was die so machen über den Tag, dann sind, wette ich, 70 Prozent davon irgendeinen Scheiß, der nur Zeit klaut. Übrigens, das ist super, was du gerade sagst, jeder Fitnesscoach, jeder Fitnesscoach und Ernährungsberater würde zuallererst mal zu jemandem, also wenn er jetzt so personalmäßig arbeitet, zu dem nach Hause fahren und sagen, lass doch mal deinen Kühlschrank angucken. Was hast du denn da wirklich im Kühlschrank? Und würde auch sagen, hey, pass mal auf, jetzt mal die nächsten fünf Tage, sieben Tage, trackst du mal bitte und schreibst genau auf, was stopfst du denn da so in dich rein? Ja, so und das ist wirklich so eine krasse Übung, selber mal hinzuschauen, was mache ich denn eigentlich den ganzen lieben Tag? Ja. Was ich dabei auch interessant finde, ist, dass die Leute sich unendlich beeinflussen lassen, gerade so von Sachen, die in YouTube, ja, also das heißt so einfach Quellen, wir versuchen ja schon liebes Zeug zu machen, aber natürlich ist es klar, dass in YouTube-Tutorials nicht die Tiefe in fünf oder in zehn Minuten gebracht werden kann, wie in einem umfangreichen Ausbildung, Coaching-Programm oder sonst irgendwas. Wie sollen wir sonst überlegen? Ich will doch, dass die Leute meine Produkte kaufen. Und der Punkt ist, und das stelle ich auch immer wieder fest, ist, wenn dann so Sachen kommen wie, ja, Jeff Bezos und Elon Musk und die nutzen Timeboxing, um ihre Woche zu planen, das ist schon ein smartes System, auf jeden Fall, nur wenn du das nicht verstehst. Und vor allem verraten die auch nur die Hälfte der Routine. Genau, ein Viertel, noch nicht mal die Hälfte der Routine. Maximal. Zehn Prozent davon, weil da steckt ja so viel dahinter, weil du kannst ja den geilsten Plan entwickeln, wenn du einfach nicht die krasse Disziplin hast, den Scheiß, den du aufschreibst, auch umzusetzen, ja, dann bringt das auch nichts. Genau das ist es, ja. Die Leute sind da viel zu naiv. Das ist schon Naivität, ja. Also, weiß ich nicht, sehen irgendeinen TikTok von irgendeinem Typen, der da irgendwann von Motivationsrede war. Das ist nur ein Hinweis, der so maximal 0,01 Prozent von dem ist, wo es wirklich drauf ankommt. Der sagt das aber, weil das natürlich der ist, der am meisten Leute triggert. Pass auf, da habe ich ein ganz geiles Beispiel. Da gibt es einen auf YouTube, Instagram, TikTok, ein super netter, sympathischer Typ. Hat so ein bisschen dunklen Teint und der macht ganz witzige Videos. und dann haben die so einen Seminar-Mitschnitt gemacht und da sitzt ein Mädel in dem Raum und sagt, weiß jetzt nicht, wie der heißt, vom Namen her habe ich nicht behalten. Sie fragt ihn, ja, du erzählst ja immer in deinen Videos und so weiter, aber jetzt sag mir doch mal, wie trifft man denn eine gute Entscheidung? Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Da sagt er, ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich habe geguckt auf das Handy und ich sage, hä? Also der Punkt ist, da sind so viele Leute da draußen unterwegs, die irgendeinen oberflächlichen Bullshit verzapfen und aber im Prinzip, sobald es eine Stufe tiefer geht, steigen die schon aus. Da ist schon komplett vorbei. Also da steckt so viel dahinter. Und wir sind wieder bei dem Thema. Weil Wissen alleine reicht halt nicht, wenn du es nicht checkst. Und wenn du es nicht checkst, dann wirst du es auch niemals umsetzen. Und weißt du, das Ding ist, ja, die Leute denken ja, sie checken es. Das ist ja das Schlimme. Dann fangen die an, ja, ich verstehe das doch. Nein, tust du nicht. Tust du nicht. Warum machst du noch nicht siebenstellig? Warum hast du das Geld noch nicht? Warum bist du noch nicht erfolgreich? Weil du es einfach noch nicht gecheckt hast. Punkt, aus, Ende. Oder nicht gemacht hast. Das ist halt, wenn Leute mir irgendwie sagen, sie haben Ahnung vom Marketing und du guckst dir mal von denen irgendein Prospekt an und du hältst die Hände über dem Kopf zusammen. Ich will vielleicht eine Sache noch dazu sagen. Guck mal. Der Punkt ist, der Punkt, wo man heute steht, ist entstanden oder ist ein Ergebnis aus den Handlungen, aus den Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Absolut. Wenn du so krass bist, wie du sagst, dass du alles das schon kennst, alles schon weißt, warum stehst du dann jetzt da und nicht schon mal wo ganz anders? Genau. Weil du irgendwas auf dem Weg falsch gemacht hast. Genau. So, bedeutet, wenn du morgen woanders sein willst, musst du heute anders handeln, musst du heute anders entscheiden. That's it. Auf jeden Fall. So. Zurück aber zu den UPAs, weil ich finde das sehr interessant, also umsatzproduktive Aktivitäten. Mein Rat ist, jeder sollte sich mal aufschreiben, was wirklich umsatzproduktive Aktivitäten sind, womit man seine Zeit gewinnbringend investieren kann. Wir haben absolut super. Wir haben früher, also es ist jetzt auch dann über wirklich 30 Jahre. Wie ironisch hat sich dieses absolut super gerade angehabt. Nein, nein, das war überhaupt nicht ironisch gemeint, weil das wirklich super ist. Vor über 30 Jahren hat, als ich Vertrieb gelernt habe, da haben wir drei Fragen gestellt. Drei Fragen gehabt. Was hast du heute getan, um neue Kunden zu gewinnen? Was hast du heute getan, um Umsatz zu machen? Was hast du heute getan, um neue Mitarbeiter zu bekommen? Ja, genau die drei Fragen. Im Vertrieb, ja. So, und das kann man natürlich jetzt x-beliebig, weil ich frage dann immer, die Makler fragen mich dann, okay, was sind denn jetzt im Einkauf die Kennzahlen? Was sind denn, oder UPAs, was sind denn dann jetzt die Kennzahlen im Verkauf? So, und da merke ich halt schon an der Frage alleine, dass die Personen sich überhaupt gar keine Gedanken über den zweiten, dritten oder etwas tiefere Schritte überlegen. Was passiert da eigentlich? Was gehört denn da wirklich dazu? Und wenn ich so eine Frage schon stelle, was ja im Rahmen unserer Programme total in Ordnung ist, weil sie sollen es ja bei uns lernen, aber das zeigt halt wirklich die, ich würde fast mal sagen, Hilflosigkeit. Und aber auch das Festhalten, jetzt kommt aber ein weiterer wichtiger Punkt, das Festhalten an alten Mustern. Ja. Das Festhalten an alten Mustern und diese Lernzone, so nenne ich sie jetzt mal, die Lernzone, das ist halt das, die im eigenen Rahmen, die auch die richtige Zone ist, ja, da, wo du hin musst. Aber die verschiebt sich natürlich ständig, ja, die bleibt ja nicht auf einem Level, und diese Lernzone, da müssen die Leute einfach mal rein und nicht einfach nur saugen, saugen, saugen und dann wieder das Aufgesogene, wieder klein hacken, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon und du hast gerade gesagt, kennen heißt nicht umsetzen und umsetzen heißt nicht, oder umgesetzt haben. Ja, umgesetzt haben und umgesetzt haben heißt nicht beherrschen. Und heißt noch nicht, hat funktioniert. Genau. Was mir nochmal wichtig war, um das abschließend zu besprechen, ist, dass das Thema Weiterentwicklung, das Thema Verbesserung, das Thema Optimierung ist einfach für die Leute unumgänglich, egal, was sie schon kennen, egal, was sie schon gemacht haben, ja. Und es ist halt einfach so, dass wenn du eine Sache neu angegangen bist, irgendwas, dann wächst ja die Komfortzone mit, weil das wird ja auch irgendwann zur Gewohnheit. Das heißt, du musst ja jeden Tag darüber hinaus gehen, jeden Tag in die Lernzone gehen, jeden Tag neue Sachen angehen, jeden Tag neue Handlungen treffen, neue Entscheidungen treffen, um konsequent weiter zu wachsen. Also ich finde, ja, absolut, ich finde eine Sache vielleicht als Kern des heutigen Podcasts ist wirklich UPAs, umsatzbringende, produktive Aktivitäten. das finde ich eigentlich den Kern der Sache, weil das ist das, was am Ende des Tages unternehmerisch alle Probleme löst, ja. Macht Vertrieb, sorgt dafür, dass ihr Kunden gewinnt, sorgt dafür, dass ihr ordentliche Aufträge reinholt und sorgt dafür am Ende, dass ihr eben verkaufbare Immobilien auch dann einnagelt, also sprich closed, also verkauft. So, und das ist das, was letztendlich jeder Unternehmer zu tun hat, weil der Vertrieb ist der Motor der Company, und wenn du egal wie lange Also Marketing Unvertrieb beides. Und wenn du seit Jahren Makler bist und du am Ende des Tages immer noch um die gleichen Themen rumtanzt, ja, dann ist das auch egal, ob das jetzt Komfortzone, Lernzone oder wie das auch immer heißen mag, dann hast du einfach ein Problem in deiner Firma und dann hast du ein paar Sachen, wie du es richtig gesagt hast, nicht verstanden und dann musst du die Dinge abstellen und verändern. Und das hat dann in dem Fall was wirklich mit Verantwortung zu tun. Hör auf rumzuheulen, hör auf rum zu jammern und immer die anderen verantwortlich zu machen für deine eigene Blödheit, weil du selber nicht reflektieren kannst, dass dir Fähigkeiten fehlen, Vollgas gerannt nach vorne zu gehen und das Zeug zu machen, was zu machen ist. Ja, absolut. In diesem Sinne. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, weil wir haben jetzt einen wichtigen Termin. Genau. Und deswegen, ciao. Ich habe mich noch dazu gehört, wie ich mich noch mal hör auf rumzu. Ich kann mich noch dazu Es ist bei mir, wenn ich mich noch nicht beinahe, wie ich noch mal die Able воды war. wie ich noch etwas weil ich mich noch nicht versuchzei, warum ich noch nicht related. Hussein haben kann,